Sie sind hier, 22. September 2018, 20.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Frederik Diffels, er, machte bisher 15 Länderspiele, Urheberrecht, Getty Images, die Kölner Heilverpflichtin, Frederik Diffels. Bei den Pittsburgh Penguins findet der 23-jährige Nationalspieler keinen Platz im Kader. Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey-Liga, live im TV auf Sport1, haben Frederik Diffels verpflichtet, dies gab der Verein am Samstag bekannt. Der 23 Jahre alte Nationalstürmer kehrt von den Pittsburgh Penguins aus der nordamerikanischen Eishockey-Profil-Liga in HL zurück in seine Heimatstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Spieler wie Frederik Diffels zu verpflichten, müssen wir als Kölner Haie nicht lange darüber nachdenken. Er wird uns in vielen Situationen auf dem Eis weiterhelfen, sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon. Diffels spielte bereits von 2008 bis 2010 im Nachwuchs der Kölner. Im aktuellen Kader ist auch sein älterer Bruder Dominik, 24, Tiffels wurde im Draft 2015 an 167 Position von Pittsburgh ausgewählt. Im vergangenen Jahr wurde er aus dem Kader gestrichen und an das Farmteam des NHL-Klubs in die unterklassige American Hockey Lial weitergereicht. Von Sportinformationsdienst Von Sportinformationsdienst